In diesem Video zeige ich dir, welche Aktien und ETFs ich in den letzten 30 Tagen verkauft habe und ich möchte dir erklären, warum ich das getan habe. Trotz einer schönen Rallye scheint sich die Stimmung etwas einzutrüben. Es gibt leider einige Hinweise darauf, dass die Rallye nun bald ein Ende nehmen könnte und wir im schlimmsten Fall wieder neue Tiefs ansteuern. Die Aktien sind in den letzten Wochen zu schnell gestiegen und es gibt viele Risiken, die den Markt zum Absturz bringen könnten. Fangen wir direkt an und nun viel Spaß mit dem Video. Fangen wir einfach mal direkt mit den Aktien und ETFs an, die ich verkauft habe. Die meisten Verkäufe hatte ich ja schon in meinem Depot-Update vorgestellt. Das bedeutet, diese Verkäufe habe ich innerhalb der letzten 30 Tage getätigt. Hier könnt ihr die vollständige Liste sehen. Insgesamt sind es mehr als 15.000 Euro. Viele dieser Aktien habe ich als monatliche Top-Aktien vorgestellt. Damals habe ich bei den Aktien sehr gute Einstiegsmöglichkeiten gesehen. Wie ihr wisst, nehme ich aber nicht alle Aktien in meinem Depot mit auf, weil es mit der Zeit einfach zu viele Aktien wären. Manchmal kommt es dann aber vor, dass ich dann doch kurzfristig in die Aktien einsteige und etwas Cash hier umschichte. Denn wenn die Aktien unterbewertet sind und ich sehr gute Chancen sehe, dann möchte ich diese auch nutzen. Aber aus den Gründen, zu denen ich dann gleich komme, habe ich mich dafür entschieden, ein paar Aktien und ETFs zu verkaufen, um Gewinne zu realisieren. Ich werde die Aktien definitiv weiter beobachten und möchte auch bei günstigen Kursen wieder einsteigen. Gerne mache ich auch nochmal ein eigenes Video, in dem ich die Aktien auf meiner Watchliste vorstelle, bei denen ich langfristig einen Einstieg plane und diese auch genauestens beobachte. Bevor wir zu der Frage kommen, warum ich meine Aktien verkauft habe, möchte ich dir nochmal vor Augen führen, in was für einem Marktumfeld wir uns derzeit bewegen und versuche, die aktuelle Rallye etwas rational einzuordnen. Um das aktuelle Marktumfeld zu beschreiben, wollen wir uns als allererstes einen Tweet von Michael Burry anschauen. Für diejenigen unter euch, die Michael Burry nicht kennen sollten, er hat mit Short-Positionen während der Immobilienmarktkrise in 2008 ordentlich abgesahnt und gilt als eines der erfolgreichsten Kriseninvestoren überhaupt. Schauen wir uns mal diesen Tweet an, er fragt ironisch, Nasdaq im Bullenmarkt, nur weil er 20% seit dem Tief gestiegen ist, wer denkt sich das aus? Während der Dotcom-Blase gab es sieben solcher Erholungen und trotzdem ist der Nasdaq bis 2002 insgesamt um 78% gefallen. Einfach mal so frei übersetzt, heißt also, dass Burry noch mit tieferen Kursen rechnet, als das, was wir bereits im Juni gesehen haben. Was könnte für diese These sprechen? Auch ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir noch einen weiteren Abverkauf sehen werden. Der zentrale Punkt ist, dass die aktuelle Rallye nicht fundamental begründet ist. Der Ausblick der Unternehmen fällt auf Basis der aktuellen Quartalszahlen eher schwach aus und auch die gemeldeten US-Wirtschaftsdaten sind zum Teil erschreckend schlecht. Die hohe Inflation klebt wie ein Kaugummi am Schuh und die Zinssteigerungen der FED sind auch noch nicht komplett durch. Auch darf man nicht vergessen, dass sich die Auswirkungen der Zinssteigerungen aktuell noch gar nicht wirklich in den Wirtschaftsdaten widerspiegeln. Die Effekte der Zinssteigerungen treten zeitverzögert auf, somit könnten sich die Wirtschaftsdaten noch rapide verschlechtern und die Stimmung könnte dann auch sehr schnell kippen. Das sind alles Faktoren, die den Aktienmarkt weiterhin belasten und sind wir mal ganz ehrlich, das Umfeld ist aktuell alles andere als gut. Ja, es gab ein paar gute Nachrichten, aber das ist eigentlich nicht genug, um die aktuelle Rallye zu rechtfertigen. Noch weniger könnte man eine Fortsetzung der aktuellen Rallye begründen und trotz dieser ganzen Risiken tasten sich sogar viele Aktien wieder an ihre Allzeithochs heran. Fragt euch also mal selber, macht das Ganze Sinn im aktuellen Umfeld? Bärenmarkt-Rallyes können sehr heftig sein und Indizes können in kürzester Zeit um 20% oder mehr steigen. Burry hat auch bereits auf die aktuelle Lage reagiert, indem er alle seine Aktien bis auf eine verkauft hat. Unter anderem hat er seine Anteile an Google, Meta und Booking verkauft. Nur in der Geo Group Aktie, einem Gefängnisbetreiber, hält Burry noch fest. Michael Burry ist auch nicht der Einzige, der hier Parallelen zu der Dotcom-Blase zieht und von einer Bärenmarkt-Rallye ausgeht. Jeremy Grantham, der legendäre Investor, sagte erst kürzlich voraus, dass wir den Boden in der aktuellen Krise noch längst nicht gesehen haben. Nach Grantham gibt es nichts, was so schnell und spektakulär ist wie eine Bärenmarkt-Rallye. Er geht davon aus, dass die Aktienmarkt-Rallye bis in den September hinein anhalten könnte. Aber für den S&P 500 sagte ein düsteres Kursziel voraus, er erwartet, dass der Index gemessen vom Allzeithoch noch um bis zu 50% fallen könnte. Somit würde der S&P 500 bei einem 52-Wochen-Hoch von 4818 Punkten auf etwa 2400 Punkte fallen. Ich persönlich hoffe nicht, dass der Markt noch so tief sinken wird, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn sich noch mal ein paar günstige Einstiegsmöglichkeiten ergeben. Nun zu der Frage, warum habe ich für mich beschlossen, einen Teil meiner Aktien zu verkaufen? Ich denke, ich habe es eben schon indirekt beantwortet. Ich sehe aktuell keinen nachhaltigen Grund für die Rallye und denke, dass sich noch mal bessere Einstiegsmöglichkeiten ergeben könnten. Ich habe die Aktien also nicht verkauft, weil ich nicht mehr an die Unternehmen glaube. Ganz im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass sich die meisten Aktien hier langfristig sehr gut entwickeln werden. Einzig bei Nvidia bin ich aus Vorsichtsgründen erstmal ausgestiegen. Nvidia hatte ja erschreckend einen schlechten Ausblick hier veröffentlicht und daher warte ich erstmal die nächsten Quartalszahlen ab. Ich habe aber wie gesagt nur einen kleinen Teil von meinen Investitionen veräußert. Ich habe hier weniger als 15% verkauft und das meiste habe ich ja noch im Markt investiert. Ganz nach Peter Lynch, never get out of the market. Sollte der Markt tatsächlich wieder nach unten drehen, dann werde ich mich wieder schrittweise einkaufen. Sollte es zu einem extremeren Abverkauf kommen, dann werde ich mich aggressiv einkaufen. Dazu habe ich dann noch ein paar Cashreserven, die ich dazu nutzen werde. Langfristig bin ich weiterhin sehr bullisch eingestellt und erwarte auch in den nächsten kommenden 10 Jahren sehr gute Gewinne bei den Unternehmen, insbesondere auch bei Tech-Aktien. Sollte es dann doch wieder komplett anders kommen, als man vorher gedacht hat, also sollten die Aktien dann doch nach oben durchstarten, ja, so what, dann habe ich trotzdem kein Geld verloren und habe immer noch eine positive Rendite erzielt und Gewinne mitgenommen. Wir haben alle keine Glaskugel und man muss seine Entscheidung auf Basis der verfügbaren Informationen treffen und genau das habe ich getan. Soviel zu meinen Verkäufen und meiner Markteinschätzung. Ich hoffe, ihr konntet etwas davon mitnehmen. Schreibt gerne noch in die Kommentare, wie ihr mit der aktuellen Situation umgeht. Ich sehe oft sehr gute Ideen und Ansätze von euch in den Kommentaren und bin natürlich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wie immer fettes Dankeschön an euch fürs Einschalten. Habt eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.